Ich kann... du kannst doch nicht mein Passwort jetzt nicht aufnehmen. Und ich wollte, ich kann das da nicht mal tippen. Frustration macht sich breit. Es ist unglaublich. Ich bin angemeldet. Ja, nach drei Stunden. Ja, nicht so bescheiden. Naja, aber nach den ganzen Übungen. Also, ich meine, das ist jetzt ja schon... 1,20 1,25 1,75 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 Hier jetzt wieder, oder? Hier ist Leisten, links rechts. Linker. Hier zeigt er die Leisten. Ah, da. Innen die Leisten, ja. Die hintere Leiste. Du bist ein Tier. Sehr gut, sogar frontal. Sehr starke Pursonen bitte bald in den Fensieren. Also, eigentlich hätte ich es ja... Komm, zieh! Das sind aber 54 Kilo. 1,1, du musst weiter drücken. 1,1 ist ganz gut. Ja. Denk dran, es wird im Refugium gezeigt, ne? Ja, im Refugium. Auf der oben, ja. Alles klar. Wer hätte hier gepupst? Ich fahr das glaube ich. Boah, aber wirklich. Ist das hinderlich? Ja. Also für mich auf jeden Fall. Ich glaube, Sascha Storm spornt es eher an. Also 40 habe ich, lass ja auch nicht los. Die Ahnung bin ich zu sehen. Weil hier das ist. Und besser mit Leisten. Ja. Ja, aber für die ist auch Kraft, das ist wirklich nah. Komm. 50 Pfeil machen. Weiter, weiter, weiter. Komm, Sascha. Geht schon. Jetzt musst du auch noch die Minute knappen. Komm. Komm. Quatsch nicht. Halt dich. Ali, komm. Weiter, weiter, weiter. Komm, durch da. Das soll ja nicht in die Arme gehen, dein Körper Mittelpunkt soll gemessen werden. Nicht die Arme, sondern dein Bauch. Boah. Das ist stark. Das ist wirklich stark. Das ist stark. Was hast du zu sagen? Ja, klar. Ey, 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 ey. Du musst noch auf den Stab drücken. Ach, Alter. Quatsch. Alter, Quatsch. Haha, der war gut, Jogi. Drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, sechs, zwölf, 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 zwölf. Siebzehn, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 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 zwölf 19, 20, 21, 22, 21, 24, 25, 26, 29, 28, 29, 30. Komm, da geht noch Fähigkeiten. Das sind nicht nur die Rundenzahe, ich bin hier. 33, 34, 35, 36, 37, 38, komm schon, 39, 40, ja komm, da geht noch, 41, noch ein noch. Komm, Sescher. Geht schon. Komm, weiter, 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 weiter. Wo haben die denn ihre theoretische Grenze eingebaut? 150 oder was? Äh, der Rekord ist bestimmt so. Also da muss ich ja jetzt den, weil es nicht. Du bist doch schon 7a gewollt. Ja, aber gibt eine derzeit, ja gut, okay, das ist dann schon. Ist das nicht 4, 5? Bist du nicht da? Weiß ich nicht. Nein, du bist 6a. Weiß ich nicht. Ich glaube, die Skala passt bei ihm gar nicht. Das muss noch mal so. Aber hier steht ja wirklich 8 bis 9. Also ich bin von 6a. Ui! Keine Verbindung zum Server. So. Ooooooh! Wir müssen das nochmal machen. Was hast du das noch? Keine Verbindung zum Server? 71 Punkte. Hab ich doch gesagt. Udi, dein Verfolger Nummer 1. Okay. 8 Am 1. Am 15ig Ellie. So. All. Becufe. Du bist.